Herr Giese muss sich noch einen Moment gedulden, bis wir die Bande erledigt haben. Dabei wäre er uns nur im Wege. Mein Gott, Tom. Oh yes, das ist zu seinem eigenen Schutz, mit seinem jugendlichen Leichtsinn, würde Herbert unser Unterfangen nur unnötig in Gefahr bringen, you know? Ich würde zum jetzigen Zeitpunkt dringend empfehlen, die Polizei hinzuzuziehen, Sir. Er hat recht, Tom. Wir haben nur Bills Revolver. Unsere Brownings hat man uns abgenommen. Na schön. Bill, du führst draußen eine Autodroschka an, fährst zum Polizeipräsidium und informierst Kommissar Wendler. Er soll so schnell wie möglich Verstärkung schicken. Wenn du zurück bist, gib uns ein Signal mit dem Pfiff des Regenfrogels. Pitt und ich werden die Gangster so lange in Schach halten, okay? Ohne Waffen? Hier, nimm dieses alte Eisenrohr, Pitt. Besser als nichts. Ah, gib mir deinen Roller, Bill. Ich trenne mich ungern, Sir, bitte sehr. Lassen Sie Vorsicht warten. Und der Untertitelung vom ZDF, 2020 Wenn Sie auf dem Weg sein, sehen Sie auf dem Weg sein. Und der Untertitelung vom ZDF, 2020 Ja, ich bin da, ich bin da. Und die Musik von Investoren Die Musik von Investoren